Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RegioTV-Stadtgesprächs aus der Phönixhalle in Stuttgart. Und mein Gast heute ist der Vorsitzende der Sportregion Stuttgart, Matthias Klopfer. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung, freue mich. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein Kind aus der Region in Stuttgart geboren, dann in Renningen aufgewachsen und in Stuttgart haben Sie dann auch Politik und Sportwissenschaften studiert und Geografie. Also Sie waren schon immer hier in der Region irgendwie verwurzelt, oder? Ich will mir ja unglaublich wohnen. Ich finde, die Region Stuttgart hat eine extrem hohe Lebensqualität. Ich habe mal lange in der Landeshauptstadt gewohnt, wunderbar. Jetzt Oberbürgermeister in Schorndorf zu sein in der Mittelstadt, großartig. Und die Vielfalt des Sportlebens ist toll, aber auch Kulturleben mag ich hier und vor allem mag ich die Menschen. Seit 2006 Oberbürgermeister in Schorndorf, da kommen wir noch gleich dazu. Wann war für Sie klar, ja, die Politik, das ist so mein Feld, da tobe ich mich aus? Weil, wie gesagt, Sie haben auch Sportwissenschaften und Geografie studiert. Also es hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Das war ein Zufall. Also 1996 bin ich gefragt worden, ob ich nicht persönlicher Mitarbeiter eines Landtags abgeordnet werden will. Da gab es ja auch keine Kommission Jugendarbeit Zukunft. Das hat mich sehr interessiert, weil ich da wissenschaftlich gearbeitet habe. Ich dachte, mach mal was anderes. Ich dachte eines Mal vielleicht zwei, drei Jahre. Es sind über 20 Jahre Politik jetzt geworden und freue mich, dass ich wenigstens etwas Sport in der Sportregion auch machen kann. Aber Sie haben es immer wieder so Berührungen gehabt mit Sport, oder? Sie haben auch Sportlehrer ausgebildet, oder? Ja, ich habe nach meinem Studium, habe ich ja schon an der Universität Stuttgart am Institut für Sportwissenschaft gearbeitet. Anschließend bei der Sportschule Kiedeisch Sportlehrer ausgebildet. Hat mir auch große Freude gemacht. Gemeinsam mit sehr guten Freunden haben wir auch ein kleines Unternehmen gegründet, die so Sportentwicklungsplanung machen. Das machen Sie heute noch. Institut für kooperative Sportentwicklungsplanung. Sehr erfolgreich. Haben Städte beraten. Damals schon und heute noch. Und von daher war so die Kombination aus Sport und Politik eigentlich immer mein Ding. Und dann wird es ja jetzt wohl sein, dass Schorndorf eine richtig sportliche Stadt ist, oder? Wenn Sie jetzt da auch schon so lange aktiv sind, haben Sie da bestimmt einiges in die richtige Richtung gebracht in Sachen Sport? Ja, wir bemühen uns immer wieder. So das Letzte, was wir gerade beschlossen haben, am besten Bewegungskindergarten. Ein 6-Millionen-Projekt bei uns in der Stadt für 110 Kinder, aber auch zwei neue kleine Hallen, die mit angedockt sind. Und das mitten in einem neuen Herzstück des Sports, dem Sportpark Rems, bei uns. Für uns ganz wichtig für die Rems-Tag-Gartenschau 2019, wo es eben nicht nur eine ganz klassische Sportanlage gibt, sondern zum Beispiel auch eine Open-Air-Halle, also eine Halle mit Dach, die an der Seite offen ist, große Beachvolleyballfelder, eine Finnenlaufbahn, die dieses Jahr eröffnet. Große Sport- und Vereinszentrum von unserem größten Sportverein für fast 5 Millionen. Wir bemühen uns schon aus Sport und Bewegung ganz viel selbstfältig zu fördern. Weil es ja auch einfach ein großes Thema ist, wenn man so auch in die Grundschulen schaut und so. Bisschen vernachlässigt worden insgesamt, oder? Leider ja. Und man hat viel zu viel Fachfremde unterrichtet an Grundschulen. Deswegen macht zum Beispiel die Bürgerschriftung Schorndorf auch ein eigenes Programm, dass alle Kinder in der vierten Klasse, die nicht schwimmen können, nochmal einen speziellen Schwimmkurs bekommen, sodass bei uns jedes Kind mit 10 Jahren auch wirklich schwimmen kann. Das ist mir so ein Herzensanliegen. Und Sport ist ansonsten einfach wie in der Alltag. Wir haben seit vielen Jahren Stadtlauf bei uns, April und Mai. Es macht große Freude, da mitzulaufen mit Top-Sportlern, auch mit ehemaligen Top-Sportlern, mit dem Andreas Hintl, mit dem Dekan, für einen guten Zweck. Ich fahre selber viel Ski. Seit einem Jahr leider nicht mehr so viel, weil ich schwere Knieverletzung hatte, aber war mal Stadtmeister, bin Berufsskilehrer. Oh, okay. Ja, Sport ist schon ein Teil meines Lebens. Und Sie haben natürlich auch den Blick über die Grenzen von Schorndorf hinaus, auch als Vorsitzender der Sportregion Stuttgart. Sieht man da einen Unterschied zwischen eher ländlicher Region und der Stadt, der Metropole? Da ist es wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen schwieriger, Sport so ins tägliche Leben zu integrieren? Ja, wenn man im Stuttgarner Westen wohnt, ist es sicherlich viel, viel schwerer. Das ist der Stadtteil in Deutschland, der am dichtesten besiedelt ist. Da muss man immer wieder für den Spiel- und Bewegungsräumen auch in kleiner Sorge. Dafür habe ich früher viele Jahre lang auch gearbeitet. Es ist total wichtig, dass man verkehrsberuhigte Fläche hat, wo Kinder nach außen können. Aber auch zunehmend spezielle Bewegungsparcours für Senioren. Fitnessstudio allein ist sicherlich zu wenig. Wir haben zum Glück eine Vielzahl von Sportvereinen, die sich engagieren. Aber Städte kommen da eine ganz zentrale Rolle auch zu in der Planung. Seit 2006 Oberbürgermeister von Schorndorf, seit 2012 Vorsitzender der Sportregion. Wie kam es dazu? Ich habe meinen Vorgänger ganz unkompliziert in der Vorstandssitzung gefragt, hat der Kollege Führinger aus Sittelfinger, Mensch Matthias, könntest du doch du machen. Mach du doch. Und dann dachte ich, wieso eigentlich nicht? Und es macht mir große Freude. Ich habe ein ganz tolles Team mit dem Herrn Bofinger als Geschäftsführer. So meinen kleinen Beitrag zu leisten, das ist eines meiner Ehrenämter. Ich sage immer mein schönstes Ehrenamt, weil ich im Sport arbeiten kann. War ein paar Jahre ja auch im Präsidium vom Schwedischen Tornerbund. Aber irgendwann muss man sich dann auch konzentrieren. Ich habe eine 60, 70, teilweise 80 Stunden der Woche, da kann man nicht mehr alles machen. Aber Sportregion ist mir schon in Herzens anliegen. Die Frage natürlich, die sich viele stellen, die jetzt Sportregion vielleicht zum ersten Mal hören. Was ist die Sportregion Stuttgart? Was macht die Sportregion Stuttgart? Also klar, die Definition von Region ist ja schon mal klar. Es spielt sich alles hier in der Region rund um Stuttgart ab. Ja, in der Region Stuttgart leben 2,7 Millionen Menschen. Das ist richtig, richtig groß, so viel wie in der Region München oder in der Region Hamburg. Aber wir sind halt viel kleinteiliger organisiert. 179 Gemeinden und Städten. Ich sage mal, das ist gut so, weil das Ganze lebt auch ein Stück weit vom Wettbewerb. Wir selber haben fast 100 Mitglieder in der Sportregion. Sportfachverbände, genauso wie Kommunen, die bei uns Mitglied sind. Im Unterschied zur Kulturregion waren nur Städte Mitglied. Bei uns eben auch wirklich die Sportkreise, die Mitglied sind auch fast alle Sportfachverbände. Das ist ein gutes Miteinander, auch im Vorstand, wo man versucht, im besten Sinne des Wortes, die Menschen zueinander zu bringen. Neu-Deutsch-Networking zu organisieren. Das heißt, beim Bundesliga-Branch über 100 Bundesligisten zusammenzubringen in der Region. Das heißt, Sport ist extrem vielfältig. Als auch jede Woche zu informieren, was in der Region überhaupt an vielfältigen Sportveranstaltungen stattfindet. Man kann ja jeden Tag hier Sport genießen, auf höchstem Niveau. Und gleichzeitig auch mal klarzumachen, übrigens sind uns Menschen mit Behinderung extrem wichtig. Kinder sind uns wichtig. Seniore sind uns wichtig. Das Ziel ist insgesamt im besten Sinne des Wortes immer wieder Unterstützer für den Sport zu sein. Sie haben uns jetzt schon viele Stichworte geliefert. Und das Schöne an der Sportregion Stuttgart ist, dass sie genau konform ist, auch mit dem Sendegebiet von RegioTV Stuttgart. Und deswegen gibt es viele Anknüpfungspunkte, über die wir gleich im zweiten Teil reden, des RegioTV-Stadtgesprächs. Herzlich willkommen zurück beim RegioTV-Stadtgespräch Stuttgart. Matthias Klopfer ist noch mein Gast, der Oberbürgermeister von Schorndorf, aber eben auch der erste Vorsitzende der Sportregion Stuttgart. Jedes Jahr gibt es einen Jahresmotto. Das haben Sie so ein bisschen auch mit eingeführt. Und ja, es waren schon interessante Sachen dabei. Zum Beispiel Handicap macht Schule. Sie haben es gerade eben angesprochen, wo es eben auch um die Behinderten geht, um die Kombination aus Nichtbehinderten und Unbehinderten, die zusammen Sport machen. Es war wohl so rückblickend eines der größten Erfolge, die Aktion, oder? Das ist schon der größte Erfolg. Das muss man einfach so sagen. Also wir haben hunderte von Schulen erreicht, wo die Lehrerinnen und Lehrer das dankbar aufgenommen haben, um mit ihren Schülern mal zu erleben, was es heißt, wenn man im Rollstuhl Basketball spielt, wenn man nichts sieht und dennoch eine Ballsportart betreibt. Wir hatten auch ganz tolle Trainer, die uns da unterstützt haben, der Behindertensportverband. Was wir stolz sind, dass uns dann auch zum Beispiel die Allianz gefördert hat und jetzt mehr auch Teil der Herzenssache sind. Da sieht man, das hat weite Kreise gezogen. Deswegen haben wir es aber mehrere Jahre gemacht. Wir haben das Kind zum Laufen gebracht, ist erwachsen geworden. Und ich glaube, dass es ein Zukunftsthema sein wird. Mir selber ist ein Herzensanlieger. Man hat es zivilisch gemacht mit Menschen mit Behinderung, auch damals ganz viel Sport schon gemacht. Ich habe gemerkt, wie leistungsfähig auch Menschen mit Behinderung haben Sport sein können. Und das Spannende ist, das zusammenzubringen. Und das kann für beide Seiten sehr viel Freude machen. Ich selber habe letztes Jahr auch mal im Rollstuhl mit Basketball gespielt. Macht übrigens auch groß, großen, großen Spaß. Aber ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Eine große Herausforderung, aber das ist perfekt, mit oder ohne Handicap da mitzuspielen. Wie kommt man auf so Ideen? Da setzt man sich zusammen und sagt, wo sollte man mal was machen? Worauf sollte man aufmerksam machen? Ach, gemeinsam mit der Geschäftsstelle diskutiert das an der Vorstand der Sportregion. Und da gibt es Anknüpfungspunkte mal mit anderen Partnern wie der Kulturregion, wo wir gesagt haben, lass uns doch auch mal was Ähnliches machen. Die sind also immer eigenständig unterwegs mit dem Thema Frauen im Sport. Beim Thema Handicap nach Schule haben wir intensiv zugehört. Was machen so die Sportfachverbände? Wo denken die gerade dran? Auch was ist Thema des Kultusministeriums? Was könnte gesellschaftlich auch ein spannendes Thema sein? Und in der Tat haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen. Frauen im Sport, jetzt eben 2017 das Motto. Warum? Zu wenig Frauen im Sport. Wir haben ganz viele Frauen im Sport als Übungsleiterinnen, als Trainerinnen, teilweise auch in den Vorständen, aber viel zu wenig an der Spitze des Sports auch. Wir haben jetzt einen Vorsitzenden vom Landessportverband. Toll, dass es so ist. Wir haben eine Kultusministerin, aber insgesamt haben wir da noch Nachholbedarf im Sport. Einfach Frauen zu motivieren, über positive Vorbilder sich weiter zu engagieren. Das ist sicherlich, um den Fokus darauf zu richten, Mut zu machen, selber auch Verantwortung zu übernehmen im Sport. Das soll das Thema dieses Jahr sein. Spannend auf jeden Fall. Genauso wie der Bundesliga-Branche, wo man einfach die Bundesligisten hier aus der Region zusammenbringt. Und da hat man ja auch wirklich einige. Also die Sportregion Stuttgart, die muss sich deutschlandweit nicht verstecken. Das ist ja schon der Wahnsinn, wenn man allein mal so ein bisschen in den Neckarpal guckt, aber auch über die Grenzen von Stuttgart hinaus. Ludwigsburg, Bietigheim. Wahnsinn. So ist es. Und das ist, wenn jemand ein Bundesliga-Sport denkt, logischerweise sagt jeder immer sofort VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers. Schon lange nicht mehr die Kickers leider. Ja, aber das ist immer so, zumindest in meiner Generation immer noch so drin. Ich weiß, sie sind jetzt kurz vorm Abstieg. Hoffentlich nicht. Bloß nicht, nein. Aber natürlich ist es großartig. Ich war jetzt letztes Wochen in der Scharena, als Allianz Stuttgart gegen Münster gespielt hat. Was für ein traumhafter Sport in dieser Halle. Wenn man zum Frauenhain bei Nachbietigheim geht, zum Eishockey. Aber auch bei uns in Schornthof, Zweite Bundesliga, Badminton. Es ist so vielfältig, der Sport in dieser Region. Das ist das Besondere auch hier in Stuttgart. Und wie ist da der Austausch? Ist es eher so ein Konkurrenzdenken? Mensch, ihr kämpft um die gleichen Sponsoren? Oder spürt man da auch, dass man da als Sportregion ein bisschen vermitteln kann und auch Synergien finden kann? Ich glaube, auch da gilt, man muss die Menschen zusammenzubringen. Man kann voneinander lernen. Der Großteil davon sind auch wirklich im besten Sinne Amateure. Und man hat das mit ganz, ganz viel Herzblut, ihren Leistungssport. Auch diejenigen, die drumherum sind als Trainer, als Funktionäre. Aber auch die, die bloß helfen bei den Spielen oder Turnieren. Das ist großartig. Und da kommen jetzt die Großen mit den Kleinen auch nicht ins Gehege. Und Spitzensport wird aber in der ganzen Breite hier eben dann auch abgeliefert. Ja, Sie schwärmen richtig für den Sport. Das hört man bei jeder Silbe. Haben Sie auch einen Lieblingsverein hier in der Region? Oder darf man das jetzt gar nicht sagen? Ich bin groß geworden, als der VfB aufgestiegen ist. Wenn ich Jahrgang 68 mit dem 70er ist, der VfB aufgestiegen. Mein Vater war damals mit mir ganz oft im Stadion. War aber auch ganz oft mit der A-Jugend unterwegs vom VfB Stiegert. Weil die Nachwuchsarbeit einfach so großartig ist. Mein Vater mit mir da auch bundesweit unterwegs war. Ich fände es immer ganz toll zu sehen, wie die A-Jugend, auch die B-Jugend da unterwegs war. Deswegen hat es mich jetzt schon hart getroffen, dass wir abgestiegen sind. Aber es geht wieder aufwärts. Aber es geht wieder aufwärts. Ich selber habe früher auch Volleyball gespielt. War früher viel beim VfL Sittelfinger. Okay. Aber auch beim C&D Feuerbach. Ich freue mich jetzt, dass ich jetzt mal endlich wieder beim Frauenvolleyball war. Ich werde jetzt regelmäßig gehen. Das ist großartig. Also wenn Sie mich jetzt so fragen, ich habe glaube ich noch einen neuen Lieblingsverein. Das ist Allianz Stuttgart, die Frauenvolleyball, großartig. Tokalsieger, Supercup-Sieger und wer weiß, vielleicht ist ja noch mehr möglich. Herr Klopfer, vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir werden weiterhin viel Spaß haben hier in der Sportregion Stuttgart. Danke, dass Sie da waren. Das war das RegioTV-Stadtgespräch. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Das war das RegioTV-Stadtgespräch.